Hallo und willkommen zu diesem Video, in welchem ich ein paar Aufgaben im Themengebiet der linearen Algebra vorrechnen möchte. Die Aufgaben und die Lösungen, die ihr jetzt sehen werdet, stammen aus einer Veranstaltung, die ich im Sommersemester 2020 gehalten habe. Und sie beschäftigen sich hauptsächlich mit den Themen Darstellungsmatrizen, Matrixzerlegung wie LR-Zerlegung oder QR-Zerlegung und dem Spektrum. Das Video, was nun folgt, besteht aus zwei Teilen. Zuerst stelle ich die Aufgaben vor, erkläre vielleicht ein paar Hintergründe und danach folgen die Lösungen. Im besten Falle pausiert ihr also das Video, nachdem ich die Aufgaben vorgestellt habe und versucht sie selbst zu lösen. Und danach könnt ihr diese mit meinen Lösungen vergleichen. Demnach viel Spaß mit dem Video. Willkommen zurück zur Linienalgebra 2. Das hier ist das sechste Übungsblatt und ihr seht, wir sind so langsam im Endspurt. Umso wichtiger ist es, dass ihr auf jeden Fall noch in die kleinen Übungen geht, denn dort könnt ihr noch alle möglichen Fragen loswerden. Und unter anderem ab dem 6. Juli wird genau dieses Blatt dort besprochen. Dieses Blatt steht unter dem Thema der Matrixzerlegungen. Und deswegen geht es in Aufgabe 1 auch direkt los mit der LR-Zerlegung, die ihr schon als Gauss-Algorithmus im ersten Semester kennengelernt habt. Allerdings bringen wir hier noch ein paar andere Themen rein. Ihr seht, wir haben einen abstrakten Vektorraum, nämlich den P3 gegeben. Also die Polynome mit Höchstgrad 3. Dort können wir eine Basis wählen, die nennen wir B. Ja, wir sagen, es ist die Mononombasis, aber bitte seid vorsichtig, hier gibt es auch eine Reihenfolge in einer Basis. Gut, und wir haben eine lineare Abbildung und die ist so definiert. Nun wisst ihr, wir können eine Darstellungsmatrix aufschreiben bezüglich dieser Basis B. Und das sollt ihr erstmal machen, dann die LR-Zerlegung und danach noch Determinante, Bild und Kern berechnen. Demnach ist das eine super Startaufgabe für euch. Damit sollt ihr auf jeden Fall anfangen. Gut, und danach könnt ihr zu Aufgabe 2 übergehen und zeigen, was ihr denn über die QR-Zerlegung wisst. Hier ist es nicht so schwierig, wir haben eine 3x3-Matrix und dort müsst ihr die QR-Zerlegung durchführen. Und dann seht ihr sehr schnell, das könnt ihr schon, das ist nämlich nur wie der Kram Schmidt ein wenig anders aufgeschrieben. Zum Abschluss haben wir natürlich noch eine abstrakte Aufgabe für euch. Ich sage abstrakt, denn hier ist ein abstrakter Vektor um v gegeben und eine abstrakt gegebene Linear-Abbildung zwischen v und v und die erfüllt diese Gleichung, die ihr vielleicht wiedererkennt. Nun sollt ihr aber die erste Eigenschaft einfach mal zeigen, also alle Eigenwerte sind entweder 0 oder 1 und ihr sollt ein paar passende Beispiele für die verschiedenen Fälle angeben. Ja, und das ist alles, was ich erstmal zu dem Übungsblatt sagen wollte. Ihr seht, es ist nicht zu viel Arbeit, also durchaus machbar in der kurzen Zeit. Vielleicht bleibt dann auch noch Zeit übrig in der Übung, von daher sage ich es nochmal, bitte nutzt, dass wir noch das Semester haben und dass wir diese kleinen Übungen noch anbieten können. Also geht hin und stellt alle möglichen Fragen. Das hilft euch auf jeden Fall für die Klausurvorbereitung. Gut, bis dann! Willkommen zurück zur Linienalgebra 2. Das hier ist das Lösungsvideo zum sechsten Übungsblatt, was sich ja hauptsächlich mit den Matrixzerlegungen befasst hat. Von daher können wir direkt mit Aufgabe 1 starten, denn die befasst sich mit der wichtigen LR-Zerlegung. In Teil A müssen wir nun erstmal die Matrix selbst aufstellen. Das heißt, wir berechnen die Darstellungsmatrix bezüglich der gegebenen Basis B. Das bedeutet, wir setzen in die Abbildung die Basiselemente einzeln ein und das erste Basiselement ist nun mal hier M3. Nach Definition der Abbildung ist das gerade dieses Polynom, denn wir setzen hier A3 als 1 und alle anderen Koeffizienten als 0. Und dann können wir auch den Koordinatenvektor bestimmen, indem wir jetzt hier B dranschreiben und die Koordinaten ablesen. Erster Basisvektor hat 2, der hat minus 4, der hat 6 und der 4. Also das kennt ihr und das können wir jetzt für alle anderen Basiselemente auch machen. So, hier habe ich die richtigen Koordinatenvektoren nun abgeschrieben und wenn wir die nun in eine Matrix packen, dann haben wir die Darstellungsmatrix. So, das heißt der erste kommt in die erste Spalte, der zweite in die zweite Spalte und so weiter. Damit haben wir Teil A geschafft und nun können wir wirklich an die LR-Zerlegung dieser Matrix hier gehen. Also die nenne ich jetzt kurzerhand einfach A, das spart mir etwas Schreibarbeit. Ja, nun wollen wir A zerlegen in eine untere linke Dreiecksmatrix und eine obere rechte Dreiecksmatrix R. Das heißt nun für uns, wir führen den Gauss-Algorithmus für diese Matrix A durch. Ja, also das hier können wir vielleicht wieder vergessen. Das wollen wir am Ende haben und das hier ist einfach mal nur A soweit. Und jetzt können wir die Zerlegung vielleicht schon mal hinschreiben, wie wir es wollen. Wir wissen ja schon mal, naja, die Einheitsmatrix mal diese Matrix, ja das stimmt schon mal. Und nun wollen wir mit den ersten Gauss-Schritten ja hier in der ersten Spalte Nullen erzeugen. Von daher würde ich vorschlagen, wir löschen nochmal diese kompletten Zahlen. Hier steht ja die Matrix und nun können wir uns überlegen, was wir mit diesem Pivot-Element machen müssen, um hier eine 0 zu erzeugen. Und zwar müssen wir hier auf die zweite Zeile müssen wir zweimal die erste addieren. Aber ich schreibe das jetzt mal als minus minus zweimal die erste. Denn genau das, was wir abziehen, also genau diese Zahl hier, die muss jetzt an die passende Stelle in die L-Matrix eingetragen werden. Also genau hier diese minus zwei. So, ich habe es farbig mal richtig gemacht und jetzt auch hier den ersten Gauss-Schritt durchgeführt. Und nun können wir das gleiche mit der dritten Zeile machen. Also bei der dritten ist es etwas klarer. Wir haben die dritte und müssen nun dreimal die erste abziehen. Ja, und diese drei tragen wir nun an die passende Stelle. Erste Spalte, dritte Zeile, also dorthin in die L-Matrix. So, auch hier die Gauss-Schritte habe ich sehr schnell durchgeführt, weil ich davon ausgehe, dass ihr die nun könnt. Gut, und bei der vierten bleibt nochmal zweimal die erste abzuziehen übrig. Und auch die zwei wird nochmal hier eingetragen. Ja, damit sind die ersten Nullen erzeugt. Die erste Spalte ist fertig, sowohl in L als auch in R. Und wir können das Spiel weiter treiben mit der zweiten Spalte. Und dafür kopiere ich hier nochmal alles herunter und lösche wieder die entsprechenden Zahlen, die wir bearbeiten wollen. Ja, das ist jetzt hier die dritte und die vierte. So, die Nullen bleiben hier. Die haben wir schon. Und nun geht es mit dem neuen Pivot-Element weiter. Und das finden wir nun hier. Und nun überlegt euch nochmal, was müssen wir entsprechend abziehen, um hier Nullen zu erzeugen. Für die dritte Zeile müssen wir viermal die zweite draufaddieren. Und das schreibe ich jetzt wieder als minus minus viermal die zweite. Und genau diese minus vier tragen wir wieder hier in unsere L-Matrix ein. Gut, das gleiche Spiel für die vierte. Was müssen wir abziehen? Einmal die zweite. Und das bedeutet, an die Stelle kommt nun diese 1. Okay, das Ergebnis der Gauss-Schritte habe ich hier nochmal hingeschrieben. Und nun seht ihr, es fehlte noch ein einziger Schritt für die Zeilenstufenform. Und dann haben wir auch gleichzeitig die Matrix L erlangt. So, nochmal kopiert, nochmal überlegt. Im letzten Schritt müssen wir die vierte Zeile bearbeiten und dort eine Null erzeugen. Also müssen wir hier, naja, dreimal die dritte abziehen, um hier die Null zu bekommen. Und die drei, wie immer, werden wir jetzt hier an die passende Stelle schreiben. Und das ist hier. Sehr schön. Damit haben wir die LR-Zerlegung geschafft. Und nun können wir hier L und R nochmal aufschreiben. Beziehungsweise ich markiere es einfach nur. Alle Zahlen, die dort nicht stehen, sind natürlich Nullen. Die füge ich gerne nochmal hinzu. Und dann sage ich, ja, das ist unsere L-Matrix. Linke, untere Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Diagonalen. Und das hier ist unsere normale Zeilenstufenform. Also unsere rechte, obere Dreiecksmatrix. Damit ist auch Teil B geschafft. Wir haben unsere LR-Zerlegung der Darstellungsmatrix. Und nun können wir abschließen und Teil C noch machen. Und der ist relativ einfach, denn wir sollen ja jetzt gerade die Determinante der linearen Abbildung berechnen. Und die ist per Definition einfach nur die Determinante einer Darstellungsmatrix. Und es ist egal, welche Matrix oder welche Basis wir wählen, solange wir die gleiche Basis links und rechts wählen. Dank unserer LR-Zerlegung können wir nun aber auch das Produkt der zwei Matrizen L und R dort reinschreiben und dann den Multiplikationssatz für Determinanten verwenden. Was bedeutet, wir schreiben nun Det von L mal Det von R. Und beide Determinanten sind ganz einfach zu berechnen, denn wir haben ja Dreiecksmatrizen. Und für L gilt sogar Determinante gleich 1, denn auf der Diagonalen stehen ja nur Einsen. Also wir haben einmal, ja, und nun das Produkt von dieser Diagonalen, was 2 mal 1 mal minus 3 mal minus 4 ist, was 24 ist. Und damit ist die Determinante 24, wogemerkt, eben nicht 0. Die Matrix ist invertierbar. Und weil sie das ist, können wir auch direkt Bild und Kern aufschreiben, so wie die Aufgabe das möchte, denn invertierbar bedeutet, das Bild ist der ganze Raum, in dem Fall also P3 und der Kern ist trivial, also nur der Nullvektor. Ja, also nur das Nullpolynom. Wir schreiben einfach nur 0 in die Mengenklammern. Und damit haben wir Aufgabe 1 geschafft. Und wir gehen direkt über zu Aufgabe 2. Hier sollen wir nun von dieser Matrix A hier eine QR-Zerlegung angeben. Das bedeutet, wir schreiben A wieder als Produkt von zwei Matrizen und R ist wieder eine rechte obere Dreiecksmatrix, aber Q ist nun eine orthogonale Matrix. Gut, hier nochmal skizzenhaft, was wir eigentlich wollen. Wir haben eine Matrix mit drei Spalten, also hier eine Familie von Vektoren. Und was wir wollen, ist daraus eine Orthonormalbasis machen. Und das ist Kramschmitt-Verfahren. Also wir wissen auch schon, vielleicht schreibe ich das direkt hin, wenn wir die Determinante von A ausrechnen, sehen wir auch, das ist eine Basis von R3. So, und was wir aber wollen, ist eine Orthonormalbasis von R3, also eine O, N, B. So, und die nennen wir Q, diese Vektoren, und schreiben sie in eine Matrix Groß-Q. Und hier R ist dann nur noch eine obere rechte Dreiecksmatrix. So, und wie wir von da nach da kommen, das wisst ihr schon, das ist Kramschmitt. Und genau das machen wir jetzt nochmal, mit dem einzigen Unterschied ist, dass wir uns die Koeffizienten merken. Denn ihr seht ja, hier ist Multiplikation mit den Spalten, ergibt wieder die Spalten, also wenn wir von rechts nach links gehen. Das heißt, die Koeffizienten, die wir sowieso in Kramschmitt berechnen, können wir direkt in die R-Matrix eintragen. Analog zu dem, was wir gerade in der LR-Zerlegung gemacht haben. Ja, wir merken uns die Schritte, die wir sowieso machen. Gut, und was ist der erste Schritt im Kramschmitt? Naja, Normierung des ersten Vektors. Und das schreibe ich jetzt direkt mal hin. Q1 ist also einfach Vektor A1, dividiert durch die Norm von A1. So, der Vektor A1 ist nichts anderes als 2, 4 und minus 4. Und die Norm können wir leicht ausrechnen. Okay, das 4 und 16 addieren, die Wurzel ziehen, und wir bekommen 6 heraus. Ja, und diese 6 ist genau der Faktor, der Q1 von A1 unterscheidet. Also, diese 6 hier muss dort oben eingetragen werden. Ja, weil der Eintrag wird mit Q1 multipliziert, und wir kommen wieder auf A1 raus. Ja, also genau der Faktor muss dort hinein. Ja, und den können wir uns direkt merken, und das schreibe ich mal ordentlich hin. Der nächste Schritt im Kramschmittverfahren ist nun die Berechnung von Q2. Das bedeutet, wir projizieren A2 orthogonal auf die bekannte Richtung Q1. Ja, und den Vektor werde ich jetzt einfach mal V2 nennen. Also, wir haben A2 minus, und nun kommt, naja, A2 eingesetzt in das Skalarprodukt. Und Q1, Q1. Nun wichtig, das Skalarprodukt hier sollte man separat ausrechnen. Und was ich herausbekomme, ist hier einfach nur 6. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier den Vektor A2, den können wir nochmal hinschreiben. Das ist minus 2, 2, minus 8. Und hier haben wir jetzt minus 6 mal, und hier steht 1 Sechstel, 2, 4, minus 4. Das kürzt sich jetzt ganz schön, aber das ist natürlich nur Zufall. Und was hier rauskommt, ist minus 4, minus 2 und minus 4. Das ist unser V2. V2 ist aber noch nicht nummiert, das heißt, das ist immer der nächste Schritt. Normiere V2 nochmal, und das ist dann unser neues Q2. Also, hier steht jetzt V2 dividiert durch die Norm von V2. Auch das nochmal separat ausrechnen. Also, die Norm von V2 selbst. Und hier steht jetzt minus 4, minus 2, minus 4. Ja, die Norm hier ist wieder 6, wie man leicht nachrechnen kann. Okay, nun kann ich es auch sagen, warum ich darauf bestehe, dass wir die Sachen einzeln ausrechnen, denn die Gleichung, die wir hier hatten, nehmen wir die mal Stern, und hier die vielleicht zwei Stern, die können wir zusammenbringen. Nehmen wir das auf die andere Seite bringen, und das auf die andere Seite, so dass wir wirklich was für A2 haben. Dann steht hier A2, und dort steht V2, aber V2 können wir ersetzen durch Norm von V2 mal Q2. Und da steht plus dieses Skalarprodukt Q1, Q1. So, ganz wichtig. Hier steht eine Linearkombination von den Vektoren Q1 und Q2 und der ergibt A2. Und das ist ja genau, was diese Matrix-Multiplikation hier macht. Eine Linearkombination von Q1 mit Q2 geben, sodass A2 herauskommt. Das heißt, hier diese zwei Koeffizienten stehen in der R-Matrix. Die Zahl und die Zahl. Und beide waren hier zufällig 6, was bedeutet, dass wir in dieser Spalte 6 stehen haben. Hier steht eine 6 und dort auch. Aber wohlgemerkt, ja, das war das Skalarprodukt, und auf der Diagonalen steht diese Norm, die wir noch berechnet haben. Ja, die passenden Koeffizienten zu den jeweiligen Vektoren. Ja, sehr schön. Dann machen wir weiter mit der Berechnung von Q3. Das ist natürlich wieder orthogonale Projektion. Nun projizieren wir A3 in die beiden bekannten Richtungen. Wir haben also einmal A3 mit Q2, Q2 und einmal A3, das soll eine 3 sein, mit Q1 und Q1. Und auch hier berechnen wir nochmal die Skalarprodukte einzeln. Das mache ich jetzt und schreibe schnell die Ergebnisse hin. Okay, so bitte an der Stelle nachrechnen. Ich habe hier minus 36 und dort minus 6 heraus. Und die können wir auch direkt in unsere R-Matrix hineinschreiben. Ja, denn das hier ist mit Q1, das ist mit Q2. Nach der gleichen Logik wie vorhin ist das genau der richtige Koeffizient. Und da scrolle ich nochmal hoch und sage, ja, da ist die minus 36. Vielleicht machen wir die auch blau. Denn die gehört zu Q1 und zu Q2 gehört die minus 6. So, das Einzige, was noch fehlt, ist die Norm, also die Norm von diesem neuen V3. Und das machen wir nun im letzten Schritt. Ja, vielleicht schreibe ich hier noch das Ergebnis von V3 auf. Okay, Vektor V3, den wir jetzt hier ausgerechnet haben, durch seine Norm. Auch die Norm brauchen wir nochmal, also schreibe ich das nochmal separat. Mal, ja, der Vektor bleibt so stehen. Ja, und auch hier sieht man nochmal, ach, das ist die gleiche Rechnung wie vorhin. Wir ziehen die Wurzel von 36, das heißt, als Norm kommt hier eine Wurzel von 36, also wieder 6 heraus. Ja, und das können wir auch direkt wieder hier oben eintragen. Und dann steht unsere R-Matrix schon fest. Ja, und wenn wir jetzt noch Q hinschreiben, dann haben wir auch die Q-Matrix und im Endeffekt die ganze Q-R-Zerlegung. Also ihr seht, das geht ganz schnell, wenn man kramisch mit kann und dann sich auch die ausgerechneten Skalarprodukte und Normen direkt merkt. Nun zusammenfassend habe ich hier nochmal die Matrix Q hingeschrieben, also alle Q-Vektoren nochmal in die Matrix gepackt. Und dann sieht man, ein Drittel kann man sehr schön herausziehen und dann bekommen wir unsere orthogonale Matrix. Denn die Spalten bilden ein Orthonormalsystem in R3. Ja, und dann machen wir weiter mit Aufgabe 3. Wie schon gesagt, die ist etwas abstrakter, aber letztendlich auch gar nicht so schwierig, wenn ihr versteht, was wir hier machen müssen. Also wir haben eine lineare Abbildung und die erfüllt diese Gleichung. Und nur anhand von dieser Gleichung wollen wir hier die Eigenschaft für die Eigenwerte zeigen. Und das können wir direkt mal aufschreiben. Zum Anfang vielleicht nochmal als Wiederholung. Was heißt es denn, ein Eigenwert zu sein, also im Spektrum von L zu liegen? Ja, das bedeutet, es existiert ein Vektor, der nicht der Nullvektor ist, also ein V in V. Und das ist ohne den Nullvektor mit der Eigenschaft, dass L von V gleich Lambda V ist. Ja, also das, was wir für Matrizen kennen, gilt genauso für lineare Abbildungen. Gut, mit der Eigenschaft können wir jetzt arbeiten. So, ich habe das jetzt nochmal ordentlich hingeschrieben. Wir wählen also ein Lambda aus dem Spektrum, also ein Eigenwert. Und dann wissen wir, nach der Definition gibt es eben auch einen Eigenvektor, der nicht der Nullvektor ist. Und nun kommt unsere eigentliche Rechnung. Also es gilt deswegen auch. Und nun würde ich von rechts nach links mal lesen. Wir schreiben mal L von V und wissen, das ist das gleiche wie Lambda mal V. So, jetzt können wir verwenden, was wir über die Abbildung wissen. Ja, das habe ich hier markiert. Wir wissen, L mit sich selbst verknüpft ist nochmal L. Also es ändert nichts daran, wenn wir nochmal L anwenden. Wir können also hier auch L L von V schreiben. Ja, passiert erstmal nichts. Ist das gleiche wie L V. Aber hier innen können wir nochmal die Eigenwertgleichung verwenden. Da steht da also L von Lambda mal V. Okay, das ist neu. Jetzt wissen wir aber, L ist linear. Das heißt, der Lambda-Faktor können wir ohne Probleme herausziehen. Ja, und dann steht hier Lambda mal L von V. Gut, hier können wir nochmal unsere Eigenwertgleichung anwenden. Denn L von V, wissen wir ja schon, ist Lambda V. Also jetzt haben wir ein Lambda mehr plötzlich durch diese Eigenschaft. Also hier steht jetzt Lambda mal Lambda V. Oder in anderen Worten, da steht Lambda Quadrat mal V. Gut, und jetzt haben wir eine linke Seite und eine rechte Seite. Und die zwei bringen wir nun zusammen. Wir können das hier einfach auf die andere Seite bringen. Und dann steht hier Lambda und klammern wir direkt mal aus. Minus Lambda Quadrat mal V ist die Null. Ja, und die Null bedeutet hier der Nullvektor. Okay, nun wissen wir aber schon, V selbst ist nicht der Nullvektor. Das heißt, wir müssen den Nicht-Nullvektor mit Null skalieren, damit der Nullvektor rauskommt. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das heißt, dieser Skalar, der vor dem Vektor steht, der muss Null sein. Okay, und das ist eine quadratische Gleichung, die ihr auf jeden Fall lösen können müsst. Wenn nicht, dann übt es bitte nochmal. Aber das ist ganz einfach hier, weil wir können Lambda ausklammern. Also wir müssen gar keine großen Rechnungen machen. Wir haben direkt die Faktorisierung und sehen, ach, die quadratische Gleichung hat zwei Lösungen. Nämlich einmal Lambda gleich Null und einmal Lambda gleich Eins. Und das können wir auch mal hinschreiben, Lambda ist gleich Null oder Lambda ist gleich Eins. Ja, sehr schön. Wenn ihr nun nochmal auf die Aufgabe schaut, seht ihr, ja, das ist genau, was wir zeigen wollten. Wir sollten zeigen, dass Eigenwerte entweder Null oder Eins sind. Als Teilmenge gelesen in der Menge Null, Eins. Und genau das haben wir getan. Ein Eigenwert kann nur Null oder Eins sein nach dieser Rechnung. Damit ist unser Beweis wirklich abgeschlossen. Gut, dann lasst uns übergehen zu Teil B, wo wir ja nur ein paar Beispiele aufschreiben müssen. Und die einfachsten Beispiele sind vielleicht einfach in R2, also ein Vektorraum, der nicht zu groß ist. Und dadurch, dass wir eine lineare Abbildung haben, können wir ja auch direkt eine leichte Darstellungsmatrix hinschreiben. Und dann sagen wir einfach, wir machen alles bezüglich der Standardbasis. Also B sollte gleich E1, E2 sein. Standardbasis. Ja, und dann haben wir ein Beispiel für die lineare Abbildung, die bezüglich dieser Standardbasis gegeben ist als eine Matrix. Und jetzt können wir uns überlegen, wie bekommen wir denn im ersten Fall hier, dass wir Null und Eins als Eigenwert haben. Am einfachsten eine Diagonalmatrix mit einer 1 und einer 0. So, Eigenwerte sind direkt klar, stehen auf der Diagonalen und die erfüllt auch offensichtlich diese Bedingung. L mit sich selbst ist wieder L. Ja, wenn wir die Matrix quadrieren, kommt wieder die gleiche Matrix raus. Also das funktioniert für das Beispiel. Jetzt machen wir ein anderes Beispiel. Was haben wir da? Ja, ich schreibe nochmal L hin. Das ist einfach ein anderes Beispiel für den zweiten Fall. Gut, der zweite Fall will was? Er will nur die 1. So, was machen wir für nur die 1? Offensichtlich schreiben wir nur die 1 auf die Diagonale. Und dann haben wir nur einen Eigenwert. Und auch die Matrix mit sich selbst quadriert, mit sich selbst multipliziert, ergibt wieder sich selbst. Ja, also auch kein Problem. Da haben wir ein schönes Beispiel, die Einheitsmatrix. Und offensichtlich für die Null können wir die Nullmatrix wählen. Also die Diagonalmatrix, wo nur Nullen auf der Diagonalen stehen. Ja, und auch hier nochmal erwähnt, die Nullmatrix mit sich selbst multipliziert ergibt wieder die Nullmatrix. Ja, die Bedingung muss erfüllt sein und dann sehen wir, naja, die drei Fälle können alle eintreten. Ja, wir können 0 und 1 gleichzeitig haben oder nur die 1 oder auch nur die 0. Das kann alles passieren. Gut, und ihr seht auch, für größere Matrizen, größere Vektorräume könnt ihr genau solche Beispiele auch wieder hinschreiben. Gut, das einzige Problem ist dieses letzte Beispiel. Das sagt nämlich plötzlich, es gibt überhaupt gar keine Eigenwerte. Das ist schon ein sehr pathologisches Beispiel. Das kommt gar nicht so oft vor. Es gibt eigentlich immer Eigenwerte, wenn wir irgendwas haben. Es sei denn, wir haben den kleinstmöglichsten Vektorraum. Das heißt, wir wählen V als den Nullvektorraum. Ja, beim Nullvektorraum gibt es nicht so viel Wahl für lineare Abbildungen. Die kann nämlich die Null ja nur auf die Null schicken. Und demnach gibt es eben keine Eigenwerte, weil es keine Eigenvektoren gibt. Es gibt keine Vektoren ungleich dem Nullvektor. Ja, also da kann man nichts machen. Da ist das Spektrum tatsächlich leer. Aber wie gesagt, das ist ein langweiliger Fall, der gar nicht so oft auftritt, weil wir meistens mit größeren Vektorräumen anstatt dem Nullvektorraum rechnen. Gut, ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn es noch Fragen gibt, nutzt StutterPi und nutzt vor allem unsere kleinen Übungen. Wir haben noch einen Übungstermin für das siebte Übungsblatt. Und dort solltet ihr bitte noch hingehen und alle Fragen zur Klausur loswerden. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Okay, eine Kleinigkeit habe ich noch. Und zwar, hier sollte ein Gleichheitszeichen stehen. Ja, also die Null wird auf die Null geschickt. So sollte man es richtig aufschreiben. Aber viel wichtiger ist, wir haben das Checking noch am Laufen. Und da wäre es super hilfreich, wenn ihr uns etwas Rückmeldung geben könnt. Also einfach auf den Link klicken und dann am besten in diese Freitextfelder schreiben, ja, was in diesem Online-Semester geklappt hat, ob diese Videos geholfen haben oder nicht, wie die Übungen gelaufen sind und so weiter und so weiter. Also ihr könnt einfach auf den Link zur Hörsaalübung klicken und dort entsprechend uns die Rückmeldung geben. Ja, am besten mit Bezug, immer davor schreiben, auf was es sich bezieht. Und dann können wir damit, ja, wahrscheinlich sehr viel lernen. Also bitte nutzt das und dann gerne bis zur nächsten Hörsaalübung.